Am Freitag habe ich bei Softwarearchitektur im Stream Christoph Iserlohn zu Gast. Christoph, erzähl doch mal ein paar Worte über dich. Hallo Lisa, ja, ich bin Softwarearchitekt und Berater bei der Firma InnoQ. Da bin ich hauptsächlich in den Themenbereichen Web und Security unterwegs. Das klingt spannend. Und worüber wollen wir dann am Freitag sprechen? Da reden wir über das Letzte, über das Thema Security. Und zwar darüber, wie Security sich auch auf die Architekturarbeit auswirkt. Und meistens wird das ja mehr so in der harten technischen Ecke gesehen und vielleicht nicht so auf der Flughöhe der typischen Architektin. Aber das werden wir mal ein bisschen aufklären, warum das nicht stimmt und wo überall Architekturarbeit für gute Security angesagt ist. Und dann schauen wir uns auch noch an, was NSA und CIA damit zu tun hat. Aber nicht, wie die meisten Zuschauer jetzt denken. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich riesig auf Freitag. Und wir freuen uns auf eure Fragen, auf eure Diskussionen. und wir freuen uns darauf, wenn ihr einschalten würdet. Bis Freitag!